geschrieben eigentlich für alle mega guts und tatsächlich mega arschlöcher dieser welt speziell aber doch für diesen einen stellvertretenden gartenzwerg der gartenzwerg edition von wilfried liebe am 15 februar 2017 idioten links links liegen lassen was tun wenn man eigentlich nur freundlich sein möchte nicht nach den süßen früchten schielen der kleinen haselnuss mit der verstockten schale den hof machen was tun wenn man am hofe eingelassen wird wo plötzlich soldaten salutieren und geht doch mit vorlieben für jagd und kanufahrt in die wälder an einen stillen see der faltige gesichter und die sonne spiegelt und ein baum einem zuruft was kremst du dich eigentlich alles nur verschwendete zeit und